DHS-Server drin, letztens, glaube ich. Ah, nein. Da mache ich da einen professionellen Cut-Moment. Ne, wie so, ein Cut-Move, raus rein, das ist ne Sache von quasi Kunden. Ha! Hallo! Da Isaiou wieder. Die Server-Cutze ja rausschreiten. Jo. Ah, die Blöcke kommen wieder zurück. Hallo? Hallo? Seid ihr noch da, hallo? Ja. Hallo? Ich bin noch da. Warum sagt jemand was, ey? Tsch, 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 tsch. Habt ihr auch gerade dieses Schweigen der Elemmer gehört? He? Na, Ultra-Lac. Ja, bei mir auch. Echt? Ja. Ja. Nö. Bin mir nicht. Vielleicht kriegt das in unserer Gegend. Cut-Con zu überlegen, ich merke euch das. Genau. Ha, weil wir hier am Spawn sind. Ja, am Nullpunkt. Das ist alles protected. Oh. Scheiße. Warum bist du am Nullpunkt? Wieso konnte ich eben hier noch was abbauen? Wo? Hä? Komm mal hier zu mir. Wo bist du? Ich bin hier. Hier. Wir sind bei 280, 80. Ich bin bei minus 220, 410. Das ist bei mir im Neuen. Hä? Ich kann hier nicht abbauen. Ice, du bist nicht bei uns. Mal wieder. Ernsthaft? Ich kann hier nicht abbauen. Ja, wo bist du? Bei Lons. Nein, ich bin in der Base. Hä? Ich stehe direkt hinter dir. Ich seh ja keinen Lons. Ich seh ja weder einen Lons noch einen Ice-Dick. Was hast du zu dir genommen? Hä? Oder Reconnect-Denor. Und wo steht der jetzt? Was kriegt bei Ant-Man? Weil, weil ist der... Wer war das? So, seht ihr mich jetzt? Ja. Jetzt sehen wir euch beide auch. Da bist du, ja. Habt ihr mich eben nicht gesehen? Doch, Lons hab ich gesehen. Doch, ich hab ihn nicht gesehen. Doch, doch. Lons war schon da. Das stimmt. Ich hab Lons gesehen. Ja, aber wir dich nicht. Ihr Sau... Äh, 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 keine Ahnung. Respekt. Was ist jetzt mit Neta, Mädel? Ich check mal kurz den Neta aus, ob hier... Ja, warte, warte, aber die Kamera muss immer mit. Die Kamera muss immer mit. Mit 3 HP? Das geht gut. Tschüss. Oh, scheiße. Goldene Äpfel gemacht und so. Grill sie miteinander. Immer noch keine goldene Muskel. Sehr saufbar. Ai, ai, ai. Bis zur nächsten Aufnahme. Weg zurück. Weg, weg. Oh, fuck. Mein Dritter ist ein Gas. Wollte weg von der Haustür. Oh, Gott. Ach, du heilige Scheiße. Oh, mein Gott. Man hat ihn aber nicht gesehen. Aber absolut nicht. Reicht doch, wenn man ihn hört. Leute, ich sag's euch auch noch, ne? Und dann kommt die ganz große Überraschung. Oh, da ist ja ein Gas. Das wusste ich ja vorher nicht. Oh, oh. Ja, er war nicht zu sehen. Ähm, Tophie? Ja? Bist du immer noch da draußen? Ja, 3 Äpfel bis jetzt. Ja, wir bräuchten mal einen. Die machen hier lauter Scheiß und wollen sich einfach nicht ernähren. Unizius 3, ja, das ist ein Riese. Was hab ich? Du haust einem immer die Tür vor die Fresse. Gerne. Standard, ey. Jedes Mal, ey. Aber die Tür kann doch nur einen Apfel machen, wenn ich das genau betrachte. Gib ihm, gib ihm Eistee. Ja, ist doch so abenteuerlustig. Ich will lieber nicht Eistee, sind so wieder unvorsichtig. Und hier ist noch so viel Eis und ihr habt immer noch keine Rüstung. Ja, hier, ich. Der Biko, dafür lass nicht die Türe auf. Äh, ey, das gibt's doch gar nicht schon wieder. Ja, jetzt haust du, klein Dobi. Der Gofisch hat alles eingesammelt. Hier, dann nennen die drei auch noch. Ich hab auch noch einer Schaden gekriegt. Irgendwer hat mich klagen, aber ich hab keinen Schaden bekommen. Ich verlass, glaub ich. Wo ist das Gold hin? Ich hab grad genommen hier, nennen die. In Blinkhister. Ah, ist noch eine Frage im Aussie. Habt ihr eine bessere Hälfte? Sprich, Freundin. Er fragt jetzt sowas. Viel zu privat. Viel zu privat. Viel zu privat in Kammern, nein. Julia fragt es. Kommt drauf, wann alt du bist. M oder W? Bessere Hälfte bestimmt, also. Die Rivia ist der Typ. Ach, das ist ein Typ? Ja, ist ein Typ. Ich hab vorhin so gefragt, wer ein Typ ist oder wie. Ha, unser Goofisch hat auch eine bessere Hälfte. Ah, jo. Muss ja nicht jeder wissen. Ich dachte mal, Leute, ein goldener Apfel. Das ist doch ein Apfel in der Mitte und acht Goldnuggets außenrum, oder? Ach, nee. Nein, keine Nuggets außenrum. Wieder zurück, sag ich mir. Ja, weil du hast es dir eben erklärt. Hier bei dem Hardcore-Ding muss er Ingrid's nehmen. Dazu unglaublich Hardcore ist. Also nochmal auf die Frage zurückzukommen, bestimmt hat jeder eine bessere Hälfte. Ja, das stimmt. Bola. Ich hab eine. Ja, das bin ich. Genau. Wo bist du, Mosky? Mosky, wo bist du? Im Eck. Welches Ecke gibt's viele? Der Wieser in Minecraft. Für den Kissen. Ich schaue alles aus, Elchi. Da, hier hinten. In der Eck. Was gammelt ihr eigentlich alle oben rum? Ihr sollt kramen. Bei Vico. Oder so. Hier, mein Neta. Ich stehe neben Vico. Was macht der Mosky da in der Ecke? Oh, welche Ecke? Wo denn? Der da, bei der... Oh, Gott. Der versteckt sich. Oh, Gott. Das ist ein Gas. Mach die Türe zu. Ich muss mal kurz Minecraft neu starten. Ich hab Grafikerfehler. Yay. Hallo. Ich muss an die Kiste hier ran. Hau ab. Oh, ah. Wo haben wir Holz? Wo haben wir kein Holz? Ah, Mosky. Oh, nee. Oh, hier ist direkt eine Netterfestung. Direkt um die Ecke. Ja, ist doch gut. Ich guck mal, ob ich nicht mehr dauer finde. Warte, die Kamera muss mit? Ja. Nee. Trotzdem ist der Gas noch da. Denk dran. Hol mich ab. Hol dich nicht ab. Das ist ein Gas. Ach du Scheiße. Nein. Nein. Vorbei. Was gibt es doch nicht? Meine Nachricht kurz davor. 24 Uhr. Aufnahme. Ist da oder nicht? Das hab ich nie im Leben gedacht. Das gibt es doch nicht. Da hat es geleckt. Und ich fall einfach kurz. Shift-Klick runter. Jetzt wollte ich gerade nur meine Farben aufbauen, ey. Und ich hab's übernommen. Steht anders drauf. Warum, lieber Herrgert? Wir machen das jetzt so, wir stürzen uns jetzt alle in den Toten im Netter, okay? Ja, genau. Alle in den Netter. Jetzt bestell ich wirklich in den Toten. Sei du Scheiße. Ich weiß ja noch nicht mal mehr, wo die Basis ist. Ja, Spidey. Vorsicht! Uni, Uni, folg mir, folg mir. Oh, ich wollte ihn abhören. Komm, ich spieg ab. Und? Wo ist denn das Portal? Was? Ich hab's übernommen. Oben in der Base. Nee, wie, das Netter-Portal ist kaputt. Hilfe, Hilfe. Oh, Scheiße. Ah, ich bin tot. Ah, Uni, 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 am Sparen, komm. Ihr Noob, ey. Ja, genau. Viel schlagen, ey. Ab ins Netter-Portal. Jetzt ist es kaputt. Hä? Ah, es läuft wieder. Ah, es ist ein zweites. Hä? Es leckt mir, Uni. Mach jetzt den Gast kaputt. Ey, er leckt das übel. Wie sind meine 10 SS? Die regen sich gerade im Chat darüber auf. Ich glaube, ich stürze übernommen. Ja, nix, nix im Chat schreiben, wer gestorben ist. Es bleibt geheim. Oh, ich schwör, das war scheiß Leck. So. Dann, 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 Aufnahmestopp und gemacht. Ich lebe noch. Ich bin auch auf der Netter-Fester. Ja, es bringt ja nichts. Also, ne, ihr wisst ja. Wenn einer stirbt, ist es vorbei. Ja. Ja. Dann, wir, komm, wir battlen uns noch zum Schluss. Was machen wir? Battlen mich, hau mich, schlag mich, Rage-Pucken, los. Ah, nochmal, ja. Oh. Hey. Und mit diesem schönen Bild beende ich die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschaui. Tschüss. Yeah. Alle mal bitte winken. Wink dir, winken. Bauduna. Nie. 包logo. Ja. Ja.